Hallo und herzlich Willkommen zu einem wundervollen neuen Part von Let's Play Rogue Company. Heute beginnen wir mit dem neuen zeitlich begrenzten Modus King of the Hill. Auf der Map Favelas, gut, die, ja, auf der Map King of the Hill, das ist schwierig, aber gut, aber gut, aber gut, aber gut. Ich habe vor, mit Mech zu spielen, weil, warum auch nicht. So, 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 der neue Agent im neuen Modus. Schön, 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 schön. Gut, okay, also King of the Hill, da gibt es ja so vier Punkte, in denen man sich befinden muss, um Punkte für sein Team zu kriegen. Diese vier Zonen, die folgen einer vorbestimmten Reihenfolge. Das heißt, ab 10 bis 15 Sekunden, also bei den Zonen sieht man, wann die wechseln, und ab 10 bis 15 Sekunden sollte man sich schon überlegen, zur nächsten Zone zu rennen. So, 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 okay. Der erste Punkt ist da in dem Gebäude drinnen. Der zweite sollte, ähm, beim, also beim BE, äh, Punkt sein, beim normalen B-Punkt. Ja, genau. Oh, lol. Oh, gut. Sehr, sehr. Oh, gut, so. So. Hm. 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 Die Gegner haben keinen Heiler. Nice. Ja, von da oben kann einer kommen, von da oben kommen sie auch. So, kurze Ruhephase, da kann ich nachladen. So, kurze Ruhephase. So, kurze Ruhephase. So, kurze Ruhephase. Platzier das Teil doch! Junge, was ist denn das? Jetzt zuerst hockt er sich hin und steht nicht mehr auf, wenn man es platziert. Dann platziert er es überhaupt nicht. Was ist das? Ah. Ich will nicht auf der Seite spawnen, die Seite ist absoluter Schmutz. Sehr schön. Dann rein und platzier das Teil und gib mir die Night. Oh, das war aber interessant. Anscheinend kann ich das Teil zünden, während ich g-downed bin. Das ist sehr interessant. Mh. Ach, komm schon. Wo kommen die her? Ich meine, es kann doch nicht sein, dass wir hier... Ey. Das kann doch nicht sein, dass die die ganze Zeit da sind. Das kann nicht sein. Okay, so. Jetzt. Nicht mehr nachladen, wenn er gegen g-downed ist. Das und das und... Ach, komm. Das. So. Ah. Äh. Wir brauchen den Punkt. Unbedingt. Das Teil klebt an mir. Oh. Eifel, out. Eifel, out. Eifel, out. Egal, warum ist er offen? Warum ist er alles offen? Junge, macht zu. Hey, yo. Okay. Nächster Punkt, los geht's. Und wir sind direkt hier, nice. Ja, genau, Junge, genau, genau. Und wir sind direkt hier. Geht mich hoch. Geht mich hoch. Ich bin hierher. Geht mich hoch. Irgendwie läuft's grad nicht so gut. 16, 15, 14, okay. Irgendwie läuft's. Aber das war doch ganz gut, oder? Ich meine, wir haben ihn ganz gut aufgeholt. Oder? Oder? Oh, Glitch muss überleben. Er muss leben, er muss leben. Nein, nicht gut. Ungut. Sehr, sehr ungut. Letzter Punkt. Runter geht's. Und die haben ihn schon? Hey, das ist doch... Wie können die den Punkt schon haben? Bin ich schon wieder so? Rein, rein, rein da, rein da. Oh, wir brauchen Punkte. Wir brauchen viele, viele, viele Punkte. Leg den hier her. Ja, genau. Okay, irgendwie mag ich den neuen Modus nicht. Irgendwie mag ich ihn absolut nicht. Ähm, aber gut. 26 Eliminierungen, die ist schon ganz ordentlich. Ja. Gut, dann würde ich sagen, war's das für dieses Mal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.